Montag Um 18.30 Uhr heißt es Nordderby, Nils gegen Gunnar, HSV gegen Werder, das alles in der Bundesliga. Um 20.15 Uhr ballern sich Heisenberg und Loot-Experte Louis Holtby vom HSV durch eine Runde Destiny. Und um 22.30 Uhr begrüßt Gunnar dann den bei beiden Geschlechtern gleichermaßen beliebten Florian zu Wir müssen reden. Das ist dein Montag auf Rocket Beans TV.